Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stutno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego Messiegelöck, genau. Und wie gesagt, wir legen hier auch direkt los nach dem Intro. Oh, so, wie seht ihr schon, ich bin von einem Dingsbums weggerannt. Und ich hab das deswegen nicht aufgenommen, weil, äh, ja, Freiheit einfach. Nee, ähm, ich hab's einfach tatsächlich dann einfach aufgehen, weil da es geht, kurz. Und, genau. Okay Leute, jetzt geht's aber los. Dann fangen wir noch einen anderen Anruf an. Ich bin dran. Ey. Was soll denn das? Mann, jetzt geht's doch mal weg, hier blöden Fütter. Jetzt geht's weg. Boah. Ey, lass mich hier ganz schnell weg. Ey, wo kommst du jetzt schon wieder her? Geh weg, hab ich gewahrt. Geh weg, hab ich gewahrt. Ah, hier geht's weiter. Geil. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Sie lassen einen Zwölfjährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein. Er war nicht allein. Er war mit einem Freund zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit acht Wochen. Fast acht Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Junge, die bewegen sich alle, Alter. Oh nein, der steckt ja jetzt drin. Wir müssen ganz still sein. Weil das hat mich bezogen. Das hat doch nur mich bezogen. Oder der braucht so ewig umzuschlagen. Das ist Dr. Grant. Das ist Dr. Grant. So. Ich bin ja. Ich bin ja. Is schon wieder zu sehen? Man, das ist sie. Ich bin ja. Aber jetzt ist es... Ich bin ja. Ich bin ja. okay ich würde es lieber mit dem t-rex aufnehmen anstatt mit dem schicken wir uns auch aus vielleicht können wir ihn ablenken jetzt Was wir jetzt erst mal machen, ist hier kurz einmal das. Zack, zack. Jetzt muss ich auch wieder ein Zeit machen. Ja, Moment. So, jetzt muss ich mit dem T-Rex hier spielen. Let's go. Bam. Okay, Leute, wartet kurz. So Leute, da bin ich. Ja, es gibt ein paar Probleme gerade hier in der Familie. Weiteres werde ich jetzt nicht erzählen. Aber es ist privat und mehr werdet ihr hier auch nicht erfahren. Ja. Also, das kann ich euch sagen. Mehr werdet ihr nicht erfahren. Jetzt sind nur gerade hier ein paar Probleme. Jetzt musste ich hier gerade wieder weg. Das heißt, ein paar Probleme einbringen. So. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Ja. Hallo, ich brauche mich im Blauen. Alles okay. Ich glaube nicht, dass ihr mich gehört habt. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Okay. Okay. Oh. Quats. Jetzt zieht der kurz ein paar Vögel. Ah, jetzt muss ich hier wieder den Dino spielen. Klasse. Irgendwelche Ideen. Ey. Was ist denn jetzt hier schon wieder drin? Ich glaube, ich muss jetzt hier gleich wieder was bauen. Kommen Sie her, ich muss hier buddeln. Okay. Irgendwas baue ich jetzt hier schon wieder. Keine Ahnung, was ich baue. Aber egal. So. Wer immer da rüber läuft, muss den Spinosaurus erneut ablenken. Okay. So. Hier. 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 Okay. Komm. Tag. Bam. 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 Los, gehen wir, solange die beschäftigt sind. Ah, jetzt müssen wir hier weg. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesen, Lacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Rand, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind auch kein richtiger Saldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Hm. Äh. Okay. Ah, ich weiß, wo wir sind, weil ich habe das Spiel natürlich schon mal gespielt. Aber ein paar Dinge habe ich auch schon wieder vergessen. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Okay, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut natürlich außerdem auf meinem Discord-Song vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Willen mehr verpasst. Auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao. 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 Ciao.